Wir sind bereit für die erste Disziplin und die Brunnen der Begegnung. Jusssens Malhalla in Konjunktur-Bahn. Es sind tolle Leute hier. Also, in diesem Fall wäre es länger. Achtung, fertig, los! Jusssens Malhalla in Konjunktur. Was ist passiert? Ja, gar nicht. Das waren 5 Sekunden. Schade, aber die Gegner sitzen mich in diesem Brunnen. Gut! Gehen wir mit! Jetzt kommt das Bier essen. Tschaui! 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 Tschaui!